. Scheiß! Hallo? Wie ich gehört habe. Hast du deine Fotobomb-Aufgabe brillant gefügt? Die vierte und letzte Aufgabe ist besonders schwer. Ich habe dazu was mitgebracht. Und zwar habe ich in deinem Perso geschaut und das Foto kopiert und Autogrammkarten von dir. Da habe ich sogar deine Unterschrift gefälscht, guck mal! Und in deiner hessischen F***-Fresse wirst du den Leuten unterjubeln! Ist mir egal wie du das machst! Diese Aufgabe wirst du niemals lösen und dein Studio wird mir gehören! Viel Spaß, du Kackhaufen! Ich habe noch einen Favoriten, total kreativ. Wo hat er den denn? Ah ja, hier ist der. 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 Ich habe hier voll den Arsch geschnitten. Und gleich wieder von mir. Und jetzt meine Freunde! Und jetzt meinen Freunde. Auf Wart! Ja, hier ist die Fanzone Stammsiete. Stammsiete Jungs! Oh, Schwede. Voll berühmt hier, glaube ich. Es sind auf jeden Fall viele Leute da. spielt Minecraft und dem gebe ich jetzt mal mein Autogramm. Ich weiß nicht ob ich hier hoch darf aber... Moshi. Reuden. Crazy. Halon, äh, Halon ist ein schwedisches Gewürz. Tschüss. Ja, äh. Sieht auch eklig aus irgendwie, ne? Ja, du sagst es, das wird ganz schön scheiße. Guck, warte, ne? Hm? Äh, warte, ne? Was hättest du mal gemacht, wenn ich da noch gelegt hätte? Einfach doch tot! Du wärst tot! Mit dem random Scheiß bringt der Song den Verstand! Ich meine ums Leben!